Hallo und herzlich Willkommen bei Schulstadt Bakery Solution. Mein Name ist Sascha und ich bringe euch heute unsere Premium Wands ein wenig mehr. Dazu mitgebracht habe ich den Frank. Hallo zusammen. Sascha, hast du schon Hunger? Ich habe so richtig richtig Hunger, den ganzen Tag nichts gegessen, damit ich einen richtig guten Burger von dir bekomme. Perfekt. Dafür habe ich die unseren Mount Vollkorn vorbereitet, wie man schön sehen kann, mit zarten Mischungen bestreut. Die Schnittflächen habe ich angetoastet, damit der Fleischsaft sowie die Burgersauce das Bun nicht durchweichen können. Das hört sich schon mal gut an. Dann kommt ein bisschen Burgersauce drauf, ein bisschen Salat. Das macht Appetit auf mir. Apropos, ihr kennt uns als Profi in Sachen Premium Burger Buns. Jeder von euch hat vielleicht schon mal einen Rustical, einen Asian Bun gegessen oder halt einen Dinkel Bun. Dieses Portfolio haben wir jetzt ergänzt um unsere Mountain Buns. Die 4,5-Inch Mountain Buns überzeugen durch ihren handwerklichen Charakter, durch ihre kuppelförmige Optik, sind alle auf Sauerteigbasis gebacken und round about 4,5-Inch groß. Im Einzelnen haben wir da den Mount Rustical Bun, der mit nativem Olivenöl gebacken ist und mit einer Mehlschicht bestäubt ist. Den Mount Potato Bun mit vielen Kartoffelflocken im Teig. Den Mount Sesambun, den Klassiker mit Sesam bestreut und zu guter Letzt unseren Mount Vollkorn Bun mit einem hohen Anteil an Vollkorn. Das ist der Bun, den der Frank mir gerade zubereitet. Und für alle Süßen unter euch haben wir natürlich auch noch den Mount Brioche. Perfekt und ich bin fertig Sascha. Schneiden wir noch einmal den Burger durch. Boah, das sieht ja richtig gut aus. Eine Servette bekommst du natürlich auch noch dazu. Und dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Danke Frank. Bitteschön und ich lasse mir auch schmecken. Habt ihr Interesse an unseren Produkten? Tretet mit uns in Kontakt oder fragt euren favorisierten Großhandel. Guten Appetit. Guten Appetit.